Hey, was ist das denn für eine dünne Spargel? Und, äh? Ich bin ja noch dünner! Und, hey, Freunde, freut mich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Und, Freunde, wie ihr seht, ich spiele heute den Lifting Simulator, also so den Trainingssimulator. Und, oh, oh, nein! Oh, Mann, oh. Aber, naja, Freunde, ihr seht es, wir spielen heute den Trainingssimulator, wie gesagt, und versuchen, einer der stärksten zu werden. Oh, oh, schnettelt der mich jetzt nochmal weg? Okay, ähm, aber, Freunde, bevor wir damit so richtig anfangen, es würde mich super doll freuen, wenn ihr dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könntet. Und, Freunde, abonnieren und Glocke kreieren, ganz, ganz wichtig, denn, Freunde, bei 400.000 Abonnenten gibt es eine mega, mega fette Verlosung an alle meine Abonnenten. Also nicht vergessen zu abonnieren, ist natürlich kostenlos und würde mich auch unterstützen. Und, ja, bei der Verlosung gibt es dann zum Beispiel Merch zu gewinnen und ganz, ganz viele andere Sachen wie V-Bucks und Wow-Bucks. Und ihr könnt ja noch mehr in die Kommentare schreiben. Aber, naja, wenn ihr das gemacht habt, schreibt doch in die Kommentare, Hashtag abonniert oder Hashtag Team Daniel, damit ich das sehe. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, ich mache den ersten Zug und ich habe so einen Stift als Hantel und los geht's. Ich bekomme jetzt immer so einen Muskel dazu. Oh, Mann, oh. Ich bekomme jetzt immer so einen Muskel dazu und das kann ich dann so am Ende verkaufen. Aber bitte, bitte nicht umschnitzeln, ey. Oh, Mann, oh. Oh, das kann doch nicht sein, ey. Ich muss echt stärker werden. Okay, so, jetzt muss ich mich konzentrieren und auffassen hier und meine Muckis aufpumpen, ey. So, wie gesagt, wenn wir ein bisschen trainiert haben, dann seht ihr das, ich habe jetzt 16 Muskeln und das kann ich dann verkaufen. So, dann bin ich wieder ganz, ganz dünn. Und dann mit dem ganzen Geld, was ich dann davon bekomme, kann ich dann hier so Gewichte kaufen oder Genetik. Und die Genetik bringt mir dann so, oh, Mann, oh, das kann nicht sein. Die Genetik bringt mir dann so, dass ich mehr Muskeln sammeln kann. Also jetzt habe ich 16 Münzen, aber ich brauche erstmal mehr Gewicht. So, ich kaufe jetzt einfach mal diesen Stock hier. Okay, so, jetzt wird trainiert, Freunde. Oh, yeah. So, jetzt bekomme ich auch immer zwei Muskeln dazu. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, macht ihr eigentlich auch Sport? Also so zum Beispiel, geht ihr zum Fußball oder so? Oder macht ihr einfach so Sport? Einfach draußen mit euren Freunden oder geht ihr in den Verein? Schreibt das mal auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Weil ich mag eigentlich Sport. Sport ist auch mega spaßig. Und ja, so, jetzt wird weiter trainiert, Freunde. Oh, yeah. Und glaubt ihr, ich werde auch so groß wie der da? Ich glaube nicht, dass ich so groß werden kann. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall, mindestens so groß wie der da zu sein. Und warum will der mich schlagen? Okay, komm her. So, komm schon. Oh, Mann, oh. Aber naja, Freunde, ihr seht es auch. Ich werde langsam, aber sicher so ein bisschen größer und ein bisschen breiter. Wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich wieder ganz dünn. Aber, Freunde, ich würde jetzt erstmal sagen, ich trainiere mich ein bisschen hoch. Und dann sehen wir uns, wenn wir mehr Gewichte haben. Oh, yeah. Okay, Freunde, ihr seht es. Ich bin jetzt was breiter geworden und was größer geworden. Und ja, ich trainiere hier gerade mit so einer Flasche und bekomme pro Hieb so 10 Muskeln dazu. Und so, warte, wir verkaufen das mal wieder. Und dann kaufen wir uns mal das nächste Gewicht, würde ich sagen. So, okay, wir haben jetzt 700 Münzen. Und hier geht mega was ab. Ich wurde so oft weggeschnetzelt, ey. Okay, jetzt habe ich hier so ein, was ist das denn? Das ist einfach so ein Mathebuch oder so. Naja, wir trainiere jetzt mit dem Mathebuch. Okay, so. Wir bekommen 16 Muskeln. Okay, das geht auf jeden Fall viel, viel schneller als mit den anderen Sachen davor. Oh, ja. Und, Freunde, mein Ziel ist es auf jeden Fall, mindestens so groß wie der da zu sein, damit ich mich auch rächen kann an den ganzen anderen, die mich die ganze Zeit umgetreten haben. Aber naja, Freunde, die werden auf jeden Fall noch sehen. Okay, wir haben schon 500 Münzen. Das geht auf jeden Fall mega schnell jetzt. Warte mal, ich gucke mal, wie viel das nächste kostet. Und was ist eigentlich das nächste? So, das nächste ist so ein Eimer für 1200. Okay, wir brauchen noch ein bisschen. Und dann bekommen wir, glaube ich, sogar 20 Muskeln dazu die ganze Zeit. Naja, wir werden gleich sehen. Okay, wartet mal, Freunde. Ich probiere mal, ob ich den... Kann ich den... Ja! Oh, yeah. Ich habe meinen ersten Kill gemacht. Warte mal. Ich versuche es mal nochmal. Und komm schon. Yeah! Ich habe zwei Kills. Oh, yeah. Okay, so. Wir trainieren weiter. Und dann, warte mal. Ich glaube, wir könnten uns jetzt sogar den Eimer kaufen. Ich probiere es mal so. Okay, perfekt. So, und jetzt Eimer wird gekauft. Okay, wir bekommen 24 Muskeln dazu. Immer. Okay, perfekt. Das geht auf jeden Fall mega schnell. Man kann schon sehen, wie ich immer größer werde und breiter. Oh, yeah. Okay, Freunde. Das wird spannend. Wie groß werde ich wohl am Ende sein? Und dann werde ich auf jeden Fall gegen die anderen Luschen hier kämpfen. Ey, ihr seht es. Ich bin wieder viel, viel breiter geworden und habe jetzt 6700 Geld. Und damit können wir uns... Was ist denn jetzt los? Ich werde die ganze Zeit umgeschnesselt, Freunde. Das glaubt ihr mir gar nicht. So, wartet mal. Ähm, ich kann mir jetzt, glaube ich, so einen Stuhl kaufen, mit dem ich trainieren kann. Und ich bin mal gespannt, wie viele Muskeln der mir bringt. So, Gewichte, hier Stuhl. 62 Muskeln macht er mir. Okay, perfekt. Dann haben wir... Okay, das geht mega schnell. Oh, nein. Nicht schon wieder. Oh, Mann, oh. Dieser Typ im Blauen, wirklich, der verfolgt mich schon die ganze Zeit, ey. Glaubt mir, Freunde. Das wird Rache geben. Das wird einfach nur Rache geben. So, okay, wir bekommen jetzt auf jeden Fall mega schnell das Geld. Und, Freunde, nicht wundern, dass ich immer so ein bisschen überspringe. Weil das dauert ein bisschen lange, bis ich dann viele Münzen habe. Also, viel trainiert habe. Weil ich möchte euch am Ende noch zeigen... Weil, Freunde, ich möchte euch am Ende zeigen, wie ich dann noch... Also, hier irgendwo bin bei den Stufen. Also, die Stufen sind ja mega, mega viele. Und ich bin gerade mal hier beim Stuhl. Gleich gibt es noch so einen Einkaufswagen für mich. Okay, da bin ich gespannt. Und, ja, Freunde. Ich gehöre auf jeden Fall schon mal nicht mehr zu den, äh, hier diesen ganz, ganz dünnen Leuten. Aber, warte mal. Ich kämpfe mal gegen den. Und los, kämpf mit mir. Wartet mal. Ich bekomme ihn. Und, ja. Warte mal. Ich kämpfe hier mal weiter. Der hat ein Fahrrad oder so. Weg mit dir. Ich schnetze euch alle weg. Dich auch. Okay, ich glaube, dich schnetze ich nicht. Nein. Egal, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder. Und, Freunde. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir für euch hier einfach so Münzen kaufe. Okay, Freunde. Ich mache jetzt einfach mal 50 Wow-Box und ist gekauft. So, dann kaufen wir uns direkt mal das nächste. Wir haben jetzt 50.000. Das heißt, wir können uns direkt diesen Tisch da kaufen. So, einmal hier. Und den Tisch kaufen. Wow. Okay, das hat jetzt, glaube ich, nicht so viel gebracht. Naja, okay. Jetzt bekommen wir auf jeden Fall 185 Muskeln dazu. So, das heißt, äh, ja. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich, äh, viel, viel weiter bin. Okay. Freunde, ich glaube, das war eben ein bisschen dumm, dass ich mir die Wow-Box, äh, gekauft habe. Weil die haben nicht so viel, äh, gebracht. Also, nicht die Wow-Box, sondern, ähm, hier diese Coins mit Wow-Box. Aber, Freunde, so, warte mal. Ich kaufe mir erst mal hier, äh, dieses Rad und so. Gleich bekommen wir einen Kühlschrank. Oh, Mann, oh. Freunde, gleich gibt es Rache. Das werdet ihr schon sehen. Das werdet ihr alle sehen, ey. Okay. Gleich gibt es einen Kühlschrank. So, für 300.000. Das dauert aber mega lange. Deswegen würde ich sagen, jetzt lohnt es sich ein bisschen mehr, diese Coins zu kaufen. Aber hier diese teuren, äh, da bekommen wir eine Million für 200 Wow-Box. Ich würde sagen, Freunde, ich mag das für euch. Wird gekauft. Und, yeah. Wir haben jetzt 1,4 Millionen. So, das verkaufen wir ganz schnell. Und, so, dann kaufen wir erst mal diesen Kühlschrank und direkt das nächste sowas. Oh, warte mal. Dafür müssen wir noch ein bisschen trainieren. Wir brauchen 200.000. Dann können wir uns hier dieses Schlagzeug kaufen. Okay, dann würde ich sagen, ganz kurz. Und, Freunde, jetzt zeige ich euch, wie man hier welche wegschnitzelt. Komm her. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bekomme nicht. Oh, yeah. So, das Server ist auf jeden Fall schon mega voll gerade. Und ich würde jetzt sagen, wir kaufen jetzt direkt dieses Schlagzeug. Und gleich gibt es noch einen Hydrant. Oh, Mann, oh, Mann. Wie viel machen wir jetzt eigentlich? 1.055. Warte mal, wie viel ist das? 1.500. Okay, gut. Das geht auf jeden Fall mega schnell jetzt. Aber irgendwie sind wir immer noch nicht so groß wie der da hinten oder so. Ich glaube, dafür müssen wir echt, echt lange spielen. Aber, Freunde, falls ihr auch einen zweiten Teil sehen wollt, dann lasst auch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und, ja, dann spiele ich das auch vielleicht mal mit Centi oder mit Vitamine. Und, ja, so, warte mal. Ich schnetze, glaube ich, jetzt nochmal für euch. So, am Ende ein paar Leute weg. Okay, das Schlagzeug ist echt groß, ey. So, warte mal. Den hier einfach mal wegschnitzeln. So, jetzt bin ich der Übeltäter hier. So, weg mit dir. Warte. Zack. Jetzt seid ihr dran, ey. So, ich wurde auch eben die ganze Zeit weggeschnitzelt. So, weg mit dir. Und du bist auch dran. Alle Neulinge, wie ich vorhin, müssen jetzt leiden. So, okay. Und, ja, Freunde, ich würde sagen, wir haben es geschafft, von diesem ganz, ganz dünnen, so, so einem Muskelpaket zu schaffen. Oh, oh, ich werde verfolgt. Und Trick 17. Oh, yeah. Einfach auf Verkaufen drücken. Okay, Freunde. Aber ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, es würde mich super noch freuen, wenn ihr dem Video dann einen Daumen nach oben geben könnt. Und der verfolgt mich. Seht ihr das, Freunde? Der verfolgt mich und wieder Verkaufen drücken. Du bekommst mich nicht. Nein. Lass mich in Ruhe. Seht ihr das? Wir haben alle ein Auge auf mich. Oh, Mann, oh, Mann. Bitte, bitte. Ich muss eben wegkommen. Und Verkaufen. Oh, Mann, oh. Lass mich in Ruhe. Und, oh, oh. Bitte, bitte. Wir müssen abbauen. Wir müssen abbauen, Freunde. Oh, Mann, oh, Mann. Und wartet mal. Was ist das denn für eine Verkaufen? Oh, yeah. Wartet mal. Nein. Das ist auch gemacht. Okay. Ich glaube, hier kann er mich nicht töten, oder? Okay, das kann er doch. Naja, Freunde. Ich würde sagen, wie gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren und Glocke aktivieren. Nicht vergessen, damit ihr auch beim Gewinnspiel mitmachen könnt. Und, ja. Damit würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Und, ja. Tschüss.